In Kärnten begehen wir ab 10. Juni ein Fest, das Helmut heisst. Das ist traditionell die Zeit, in der wir Kärntnerinnen und Kärntner uns von den Nachttischlampen verabschieden, weil uns bei den E-Readern ein Licht aufgeht. Kein Wunder, denn E-Reader leuchten ein. Also, informieren Sie sich auf www.hein.at oder kommen Sie schnell in unsere Buchhandlung vorbei. Hein, lesefertige E-Reader, wie Sie im Buche stehen. E-Reader, wie Sie im Buche stehen.